Die Südwurst ist der heilige Rau vom Apicel. Das haben wir gemeldet. Deine liebste Wurst, die Südwurst. Ich habe die einfach gesagt. Ich sage jetzt, wie eine Südwurst, Bratwurst. Ich denke, ich suche die Richtung. Aber die Südwurst ist erst wieder am Sonneabend, oder? Ja, ist gut. Jetzt habe ich so überlegt, mit was könnte man alles kombinieren, aber ich finde jetzt, das ist der Start und ich nehme mich zurück. Wir machen es einfach mit etwas Gemüsebouillon, die schönen langsamen Seiden und ein bisschen Brot dazu und fertig. Ein bisschen von dem mit etwas Sauce. Aber schau mal, wir sind hier die Dritte. Wurst, ein bisschen Schüme, ein bisschen Kräutchen, ein bisschen Brot. Und eigentlich ist es das ehrlichste und einfachste. Jetzt. Dann.